Hallo liebe Fußballfreunde, 2. Bundesliga, 8. Spieltag, Sonntag, 11.09.2022, 13.30 Uhr, 1. FC Kaiserslautern gegen Darmstadt, 3 zu 3. Kaiserslautern, Startelf. Maike, Mike, Wunderlich, Henrik, Zug, Jenny, Rondondo, Rubin, Korn, Mu, Afto, Spahitsch, Dominik, Schatt, Hegmit, Schiff, 3. Lex, Lubninger, Darmstadt, Sonntagself, Markel, Schun, Christiopa, Zimmermann, Klaus, Kasula, Patrick, Pfiffer, Fabian, Schnitelt, Tobias, Kempe, Fabian, Holland, Matthias, Bader, Marvin, Meldem, Philipp, Titz, Teachter, Hohen, Mua, Mua, Muanu. Reservere Bank von Darmstadt. Aron, Skidil, Markus, Wimik, Hassin, Bin, Bal, Bala, Alexandra, Braunst, Enir, Kakik, Clemens, Richel, Frank, Rosso, Fabio, 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 Fabio